Hey Daniel! Daniel! Ja? Hey, stoppst du die Umschlüsse, ne? Ja klar, kannst kommen. Ja, bis gleich. Komm rein. Was? Ja klar, klar. Vielen Dank. Vielen Dank. Was denn? Ja. Komm mal bitte ran. Gib mal Pädel nach oben. Stich. Lass los. Lass los. Schick nach oben. Ja. 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 Correct man. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Pfeife 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 Die Pfeife 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 Ist das lecker, ne? Ja, Mann. Hey Murat, was soll ich eigentlich mal fragen? Was warst du eigentlich mit deiner Lockerung? Ich hab meine Lockerung, ja. Ich war auch jetzt letztes Wochenende draußen. Hat mal ganz gut getan, am Wochenende mit Familie zu verbinden, ja? Gute Spur dann, ja. Und was mit deiner Lockerung? Ja, circa zwei Wochen so ist die Lockerung durch. Dann kann ich mit Familie in die Stadt gehen und dann gucken mal, ne? Ja, hört sich gut an. Dann mach auch keinen Mist, ne? Ne, ne, ich mach keinen Mist, ja. Familie ist gut. Okay. Du bist. So, Su ist vorbei. Machst du was? Ja. Hey, hau rein, dann. Wir sehen uns morgen, ne? Okay. Mach's gut, ne? Ja, ciao. Guten Abend. Ciao. Bring das em jetzt ab. ich bin schwer. Loаю. Amit es�ued. Wäh, ich habe deine Augen die Beleеть wird, Da bitte. Und ich habe dich Ahmad? Untertitelung des ZDF, 2020